Ich begrüße Sie, um in Kürze das Phänomen der reinen Harmonien im Zusammenhang mit der Kammertonöhe zu besprechen. Ich möchte das auch aus dem Kontext der Historie herausnehmen. Denn die im Wesentlichen zwölf reinen Dreiklangsharmonien, das ist ein Phänomen, das sind Phänomene, die über eine lange Zeit Gültigkeit haben. Nach mathematischen Errechnungen eines Georg Glöcklers, unter anderem auch Platon hat schon Errechnungen dieser Art angestellt, ist es in einen Zyklus von 25.920 Jahren eingebunden. Die reinen Dreiklänge ergeben sich nur, wenn man vom C der Zweierpotenz ausgeht. Und das ist für Adur 432 Hertz. Ganz exakt, kein Herz höher, kein Herz niedriger. Und das war vor hunderten von Jahren schon so. Und das wird auch in den nächsten Jahrhunderten so sein. Auf jeden Fall ist es seit mehreren Jahrzehnten so, denn mir bestätigt sich das Tag für Tag neu. Dieses Phänomen kann jeder überprüfen, wenn er vom Dreiklang die Terz und Quint nimmt. Und dann stellt sich der dritte Ton als Kombinationston ein und dann haben wir den reinen Dreiklang in Adur. Das selbe gilt für alle 15 bzw. 12 reinen Dreiklänge. Diese sind alle im reinen Quintabstand, sodass das E von Adur, also die Quint von Adur gleichzeitig die Prim von Edur ist und gleichzeitig ist der Grundton, das A in Adur auch die Quint von Edur und so weiter und so weiter. So kommt man durch den ganzen Quintenzirkel, ist dann in Destur fünf Hertz tiefer als in Fistur. Dasselbe gilt für Ass und Gistur für Des und Cistur. Und ich bin überzeugt, dass Chopin, wenn er Destur oder Astur schreibt, dass man das nicht einfach in der Seelenstimmung, in der inneren Stimmung einer Kreuztonart spielen kann. Und ein Pianist, der sich in den Geist dieser Werke vertieft, wird das innerlich fühlen und dann auch dadurch diese Atmosphäre verbreiten. Vor allem Streicher können zum tiefen Erlebnis der Tonarten durch die reinen Dreiklänge hinführen und ich empfehle das auf jeden Fall, sich diese Mühe zu machen und soweit möglich in reinen Harmonien zu intonieren. Was es direkt für die Kammertonhöhe, für den Einstimmton bzw. für die Temperierung von temperierten Instrumenten, Klavieren, Orgeln, Xylophonen, Akkordeon, Gitarre und so weiter bedeutet, ist eine andere Frage. Selbstverständlich sind mehrere Versionen von Temperierungen möglich, eine sehr gute ist die von Maria Renold, aber sicher nicht die einzige und je nach Temperierung kann dann trotz der Grundorientierung der reinen Harmonien für eine Temperierung verschieden hohe Kammertöne in Frage kommen. Das hat aber dann nur einen Spielraum zwischen 426 und 432 Hertz. Alles andere ist, was darüber hinaus geht, definitiv objektiv zu hoch und was darunter liegt, objektiv zu tief. Ich habe das vielerorts genauer ausgeführt und auch in Zusammenhänge eingebettet, hier dieses in Kürze. Danke für Ihr Zuhören.